Wo haben wir denn die Dinger? Hier haben wir schon 13. Hier haben wir gar keinen. Äh, hab ich hier noch welche? Nein. Aber hey, immerhin, 13 ist schon mal eine Zahl. Ich weiß, warum ich das die ganze Zeit habe laufen lassen hier. Und dafür Quellen verschwendet habe. Weil ich wusste, dass ich das früher oder später alles brauche. So, 18. Von diesen 18 holen wir uns jetzt diese Metallwände. So, den Rest packe ich jetzt erstmal wieder zurück. Ich entscheide mich dazu, wenn es soweit ist. Hey. Ich habe jetzt tatsächlich noch 11 Stück. Geil. Geiler Scheiß. Der Scheiß ist geil. All right, all right, all right, all right. Und... Hopp. Oh. So, also. Ich hatte gesagt, ich würde gern diese Ecke hier benutzen. Aber erstmal mache ich das hier noch zu. Sonst stürze ich noch versehentlich in den Tod. So. An der Stelle hätte ich gerne... So eine Dreierwand. So eine Dreierwand. Was ist zur Hölle? Du sollst einfach nur hier hin. So. Jetzt geht das auch schon in die richtige Richtung. Was bedeutet, dass ich jetzt... Ähm... ...diese Dinger hier hinbauen kann. Oh, guck mal. Das geht tatsächlich... Das geht doch bis ganz nach unten. Okay. Ich mache das mal jetzt ein bisschen höher, weil da unten ja noch Sachen produziert werden. Und ich jetzt nicht so Lust drauf habe, mich jetzt komplett selbst zu behindern damit. Ach du Scheiße. Jetzt sind die auch noch alle verschieden hoch. Ähm... Ja, das muss ich dann doch vielleicht von hier unten regeln. Also, noch mal. Dieser hier... Ähm... Warte, ich... Äh... Ich... Ähm... Ich kletter mal hier hoch. Also. Dieser hier... ...geht bis da. Das bedeutet, der auch. Und der auch. So. Hey. Gut. Ich muss mir vielleicht mal überlegen... Das mache ich jetzt vielleicht auch direkt mal. Habe ich noch irgendwo Kupferblech? Ja, hier. Ich werde jetzt mal eben versuchen, eine Hyper-Tube da hochzubauen. Weil... Ähm... Na komm. Ich baue die mal von oben nach unten. Das ist glaube ich schlauer, weil ich dann oben sehe... ...wo ich hin will. Ja, so. Ja, so. haben ist das schlau die hier hin zu bauen ich meine so nicht wo ist das bei spezial logistik transport logisch ist ja logisch was brauche ich dafür ich brauche dafür rotoren vier stück also brauche ich insgesamt acht rotoren ich kann doch eventuell so einen rotor jetzt schon also hier mit dem scheiß den ich hab bauen probieren wir das doch mal meinen acht rotoren aha so acht rotoren huch haben wir so ok ähm oh shit ich hab's überlebt geil ok ähm ja versuchen wir es gleich nochmal das wäre schon echt super wenn ich mir dieses rumgerenne hier sparen kann bald jetzt gleich das hat mich ja schon immer so ein bisschen abgefuckt wenn wir ehrlich sind so also dann baue ich den hyper tube eingang etwas weiter nach vorne da so das ist auch ziemlich mittig das finde ich total geil so und von da geht es jetzt eigentlich nur noch runter ok jetzt habe ich mich komischerweise verletzt so bauen wir die hyper tube hierhin jetzt geht da natürlich genau das kabel durch so also wir versuchen es nochmal und zwar diesmal weiter nach vorne damit es nicht ins kabel geht so und jetzt brauche ich doch eigentlich nur noch nur noch einen eingang wieder den baue ich einfach davor problem gelöst hui yay okay cool ähm 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 so